Grüß Gott und herzlich willkommen zu dem Hörbuch «Mein Herz wird triumphieren» von Mirjana Soldo. Sie darf seit über 40 Jahren in Medjugorje in Visionen, die Gottesmutter Maria sehen und mit ihr sprechen. Und sie erzählt in ihrem Buch über ihr bewegendes Leben. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Hören. Kapitel 16 Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel zurückgefordert werden. Und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man umso mehr verlangen. Jesus, Evangelium nach Lukas 12, 48 Mit dem Beginn des Jahres 1983 gelang es mir allmählich, das Ende meiner täglichen Erscheinungen zu akzeptieren. Nach beharrlichen Beten und Fasten verstand ich, dass ich mich in den Augen der Mutter Gottes von den anderen Menschen kein bisschen abhob. Für sie gibt es keine Privilegierten. Hatte ich also ein Kreuz zu tragen, dann konnte ich mich nicht länger auf den Trost der täglichen Begegnungen mit der gesegneten Mutter stützen. Ich musste beten, wie jeder andere Mensch auch. Wie ein Kind, das seinen Geburtstag vor lauter Ungeduld kaum erwarten kann, freute ich mich auf den 18. März. Tatsächlich ist der 18. März mein Geburtstag. Im Jahr 1983 dachte ich jedoch nicht an Geschenke oder daran, dass ich bald ein Jahr älter sein würde. Ich wollte nur Sie wiedersehen. Am 18. Februar, genau einen Monat vor meinem Geburtstag, erhielt ich eine unerwartete, wundervolle Nachricht. Pater Joso war aus dem Gefängnis entlassen worden. Die Regierung hatte seine dreijährige Haftstrafe auf 18 Monate reduziert. Da die Leitung der Pfarrei Medjugorje in der Zwischenzeit von einem anderen Priester übernommen worden war, wurde Pater Joso zunächst die Pfarrei Bukovica anvertraut, bevor er als Priester in der Kirche des heiligen Elia in Tilhajina unweit von Medjugorje zu wirken begann. Als ich ihn einmal besuchte, sprach er nicht über seine Erfahrungen im Gefängnis. Sollte ihn die Zeit dort dramatisiert haben, verwarg er das gut hinter seinem Lächeln. Lediglich die Narben auf seinem Gesicht deuteten auf die erlittenen Gewaltakte hin. Ich hatte für Pater Joso jeden Tag gebetet. Das, was ich über seine Inhaftierung gehört hatte, hatte mir bestätigt, dass die Mutter Gottes, ganz nach ihrem Versprechen, immer bei ihm gewesen war. Gemeinsam mit Mördern, Lieben und anderen Schwerverbrechern war er eingesperrt gewesen und von den Aufsehern geschlagen und gefoltert worden. Sie hatten ihn zur Zwangsarbeit getrieben und absichtlich grauenvolle Gerüchte über ihn verbreitet, die in der gesamten Einrichtung die Runde gemacht hatten. Trotz allem hielt Pater Joso beharrlich an seinem Glauben fest und leugnete seine Überzeugungen hinsichtlich Medjugorje nicht ein einziges Mal. Die anderen Insassen, meist waren sie Atheisten, Muslime oder Orthodoxe, erkannten in ihm etwas Besonderes. Sie begannen, ihm Fragen über Gott zu stellen und er erzählte ihnen von der Mutter Gottes, von Medjugorje und von der Barmherzigkeit Jesu. Später beteuerte Pater Joso, er sei im Gefängnis glücklich und erfüllt von Frieden gewesen, denn die Zeit dort habe es ihm ermöglicht, problembeladene Männer zu Jesus zu führen. Die grössten Leiden für ihn seien die Abwesenheit seiner Bibel und seines Rosenkranzes gewesen, sowie das Verbot, die heilige Messe zu feiern. Kurz nach Pater Josos Inhaftierung hatten zudem einige der Gefängnisaufseher begonnen, sich vor ihm zu fürchten. Gemäss ihren Behauptungen hatten sie nachts in seiner Zelle ein seltsames Licht gesehen, und an manchem Morgen sei seine Zellentür auf unerklärliche Weise unverschlossen gewesen. Pater Joso gab später bekannt, dass ihm die Mutter Gottes im Gefängnis erschienen sei, aber er hielt sich in seinen Berichten über diese Treffen immer sehr kurz. Jene Begegnungen, so sagte er, seien persönliche Treffen gewesen, die ihm grossen Trost gespendet hätten. Auch nach seiner Freilassung wurde Pater Joso von den Kommunisten belästigt und schikaniert, aber er blieb stets ein unerschütterlicher Advokat Medjugorje. Obwohl ich mich mit Pater Josos Freilassung sehr freute, war ich gedanklich vor allem bei der herannahenden Erscheinung. Nervös stellte ich mir Fragen, wie etwa, was, wenn die Mutter Gottes doch nicht kommt. Diese Möglichkeit war so schrecklich, dass ich sie eigentlich gar nicht in Betracht ziehen wollte. Und doch machte sie sich in meinen Gedanken breit. Die Nächte vor meinem 18. Geburtstag hatte ich vor Aufregung grösstenteils schlaflos verbracht. Als der Tag schliesslich gekommen war, wurde ich schon frühmorgens wach und begann sogleich, mich im Gebet auf die Begegnung mit unserer lieben Frau vorzubereiten. Ich war aufgeregter denn je und dennoch beinahe erstaunt, als mich tatsächlich jenes nur zuvertraute Gefühl zu durchströmen begann, das mir von Sekunde zu Sekunde mehr den Atem rauben wollte. Dieser unbeschreibliche Zustand, diese Aufregung, diese gewaltige Vorfreude liessen mich zu der Überzeugung gelangen, dass mein Herz in meinem Brustkorb demnächst platzen musste. Und dann sah ich die Mutter Gottes vor mir. Ich war ein neuer Mensch, unfähig, den Blick von ihr abzuwenden, sommte ich mich in ihrer Schönheit und kostete die unbeschreibliche Liebe, die von ihr ausging. Ich wünschte mir nichts sehnlicher, als dass sie mich mit sich nahm. Verglichen mit diesem Augenblick erschien mir das Leben auf der Erde trostlos und ohne jegliche Bedeutung. Ich sehnte mich danach, für immer bei ihr zu sein. Und dann war sie wieder fort. Nach viel zu kurzer Zeit, wie es mir schien. Der Gedanke, dass ich nun weitere 365 Tage zu warten hatte, schien mich schier erdrücken zu wollen. Überwältigt von Emotionen, blieb ich eine Weile weinend und schluchzend auf dem Boden knien. Die Leute, die mich am Ende einer Erscheinung sehen, sagen immer, es sei wohl hart für mich, wieder in die Realität zu kommen. Aber das sehe ich anders. Nichts in der Realität ist näher, als die Gegenwart der Mutter Gottes. Das Paradies ist die ultimative Realität. Und unsere liebe Frau ist realer, wirklicher, als irgendeine Person auf diesem Planeten. Der Schmerz, der einen durchdringt, wenn man sich von dieser unbeschreiblichen Glückseligkeit trennen muss, ist gewaltig. Aber nichtsdestotrotz war ihre Rückkehr eine wunderschöne Erleichterung für mich. Denn nun hatte ich die Gewissheit, dass ich sie bis zu meinem Tod mindestens einmal pro Jahr sehen würde. Als ich genügend Kraft gesammelt hatte, um meinen Kopf zu heben, erblickte ich die besorgten Gesichter meines Bruders und meiner Eltern. Sie waren sich alle einig, dass sie mich noch nie während einer Erscheinung so emotional gesehen hätten. Aber auch sie waren unendlich dankbar, dass die Mutter Gottes wiedergekommen war. Es erinnerte uns alle daran, wie gesegnet wir gewesen waren, als wir ihre Begleitung während 18 Monaten täglich hatten erleben dürfen. In dem Augenblick nach der Erscheinung hätte ich ewig im Gebet sein und die Begegnung wieder und wieder in meinen Gedanken durchspielen wollen. Aber die sogenannte reale Welt verlangte dringend meine Aufmerksamkeit. Mein letztes Jahr auf dem Gymnasium neigte sich dem Ende zu und inzwischen hatten meine Leistungen nachgelassen. Ich war nicht mehr jene ausgezeichnete Schülerin, die ich früher immer gewesen war. Denn der Stress, den die ständigen Schikanen der Polizei mit sich brachten und die Depression, die mich nach dem Ende der täglichen Erscheinungen eingeholt hatte, fanden ihren Niederschlag in meinen Noten. Nichtsdestotrotz war ich fest dazu entschlossen, den Abschluss zu machen. Es war essentiell für mich, dass ich das Abschlussexamen bestand. Also setzte ich mich hin und paukte, denn ich wollte auf keinen Fall, dass die vier Jahre auf dem Gymnasium umsonst gewesen waren. Spät am Abend vor dem Abschlussexamen rief uns die Schuldirektorin an. Als ich den Hörer abnahm, bat sie mich, mit meinem Vater sprechen zu dürfen. Ich war verwirrt. Noch nie zuvor hatte uns jemand von der Schule zu Hause angerufen. Ich fragte mich, ob ich mir vielleicht etwas zu Schulden hatte kommen lassen. Warum müssen Sie meinen Vater sprechen, Genossin Direktorin? fragte ich sie. Ich möchte ihn um einen Gefallen bitten, antwortete sie. Ich reichte meinem Vater den Hörer. Er hörte konzentriert zu, ohne viel zu erwidern. Ich dachte angestrengt nach. Hatte ich etwas Falsches gemacht? Was würde sie meinem Vater wohl jetzt sagen? Mir war klar, dass sie eine Serbin und ein Mitglied der kommunistischen Partei war. Aber ich hatte sie immer als freundliche, liebe Person erlebt. Einige Augenblicke später legte Papa den Hörer auf und verliess die Wohnung. Wohin ging er noch um diese Uhrzeit? Es erschien mir alles so merkwürdig, aber ich durfte mich vom Lernen nicht ablenken lassen. Also versuchte ich mich wieder auf den Stoff zu konzentrieren. Ich hörte meinen Vater wieder heimkommen. Schliesslich erhob ich mich, um meinen Eltern gute Nacht zu sagen. Ich erschrak, als ich sie beide weinend in der Küche vorfand. Was ist passiert? fragte ich. Meine Mutter sah mich nicht an. Der Gousin deines Vaters ist gestorben, antwortete sie schliesslich. Es handelte sich um einen weit entfernten Verwandten, nicht wirklich um einen Gousin, den ich nie zuvor getroffen hatte. Ich war perplex. Warum trauerten die beiden so sehr um einen Gousin, den ich nicht einmal kannte? Aber ich war gedanklich zu sehr mit dem Schulstoff beschäftigt, um ihnen weitere Fragen zu stellen. Als ich am nächsten Morgen erwachte, ergriff mich eine grosse Zuversicht, dass ich die Prüfung bestehen würde. Gerade als ich zur Schule aufbrechen wollte, hielt mich Papa auf. Hör zu mir, Jana, sagte er. Wenn du bestehst, dann bestehst du. Aber wenn es nicht klappt, dann macht es nichts. Du weisst, dass wir immer für dich da sind und dass du hier immer dein Zuhause haben wirst. Komm einfach wohlbehalten wieder zu mir zurück. Es war offensichtlich, dass er sich bei dem, was er sagte, unbehaglich fühlte. Und der Ernst auf seinem Gesicht machte die Situation noch seltsamer. Zweifelst du an mir? fragte ich. Was ist los mit dir? Vergiss einfach nicht, was ich dir gesagt habe. Komm zurück nach Hause. Es war nicht wirklich das, was man vor einer wichtigen Prüfung von seinem Vater hören wollte. Aber kurz danach entschied ich mich, diesem mysteriösen Zuspruch meines Vaters nichts weiter beizumessen. Er hatte wohl einfach versucht, mir seine Liebe kundzutun, nichts weiter. Schliesslich war er am Ende ja auch einfach ein Mann. Mit dem Beginn des Examens aber wurde alles noch seltsamer. Die Abschlussprüfung war in unterschiedliche Teile gegliedert und jeder dieser Teile wurde in einer separaten Klausur getestet. Für gewöhnlich erhielten die Prüflinge jeweils eine Pause zwischen den Einzelklausuren. Dies galt für alle, ausser für mich. Die Direktorin hatte es darauf abgesehen, mich nach jedem absolvierten Teil gleich mit dem Nächsten zu konfrontieren. Erschöpft ergriff ich das Wort. Genossin Direktorin, kann ich nicht wenigstens einmal zwischen den Tests aufatmen? Nein, schnauzte sie mich an. Ihre knappe Antwort tat mir weh. Warum war sie so besessen darauf, mich eine Prüfung nach der anderen schreiben zu lassen? Wollte sie mich überfordern, damit ich durchfiel? Ich atmete tief ein und betete um Hilfe von oben. Keiner sollte mich davon abhalten, den Schulabschluss zu machen. Nicht nach all dem, was ich durchgemacht hatte. Voller Entschlossenheit machte ich mich an die Tests, an einen nach dem anderen. Als ich endlich alle Tests hinter mich gebracht hatte, begann die Direktorin, mein Examen ungewöhnlich schnell zu benoten. Du hast bestanden, sagte sie schliesslich. Jetzt kannst du nach Hause gehen. Freude durchströmte mich. Trotz all der Schwierigkeiten hatte ich meinen Schulabschluss in der Tasche. Überglücklich entschied ich mich, noch etwas zu bleiben, um zu sehen, wie es meinen Kameraden ergangen war. Wahrscheinlich wollten sie nach der Schule in ein Café feiern gehen. Ich würde gerne hier warten, bis auch alle anderen fertig sind, sagte ich ahnungslos. Die Direktorin lehnte sich nach vorne und starrte mich an. Geh nach Hause! In ihren Worten klang ein Unterton mit, dessen Bestimmtheit und Eindringlichkeit keine Widerrede duldete. Ich drehte mich auf der Stelle um und machte mich direkt auf den Heimweg. Ihr Ton hatte mich verletzt, aber ich wollte nicht zulassen, dass mich ihre Schroffheit herunterzog. Vielleicht hatte sie einfach einen schlechten Tag. Ich betete für sie, so wie es mich die Mutter Gottes einmal gelehrt hatte. Du weisst nie, welche Kreuze die Menschen, denen du begegnest, vielleicht tragen müssen. Als ich bei unserer Wohnung ankam, fühlte ich mich viel besser. Tatsächlich war ich durch und durch glücklich. Bestanden, rief ich voller Freude, als ich die Wohnung betrat. Ich habe den Schulabschluss. Meine Eltern sahen mich überrascht an, ohne einen Laut von sich zu geben. Dann warfen sie sich einen Blick zu. Es war nicht wirklich die Art von Glückwunsch, die ich erwartet hatte. Sie forderten mich auf, mich zu setzen. Ihre müden und erschöpften Gesichter waren von diesem Tag gezeichnet. Sie mussten also einiges hinter sich haben. Ist es der Gousin, der gestorben ist? Fragte ich. Nein, Liebes, es ist die Schule. Mit einem Schlag war ich besorgt. Hatte die Direktorin etwas übersehen, als sie mein Examen korrigiert hatte? War ich nun doch durchgefallen? Gestern war die Staatspolizei an deiner Schule, begann mein Vater. Er erklärte mir, dass die Polizei der Direktorin befohlen habe, mich durchfallen zu lassen. Ausserdem hätten die Beamten sie nach der Uhrzeit gefragt, zu der ich mit dem Examen an der Reihe sein würde, da sie vorgehabt hatten, mir genau dann einen Besuch abzustatten. Ich kann mich so spontan nicht erinnern, um wie viel Uhr, habe die Direktorin erwidert. Es sind so viele Kinder, die zum Examen antreten. Melden Sie es uns, sobald Sie es wissen, habe eine der Polizisten verlangt, und dann hätten Sie die Schule verlassen. Nach diesem Vorfall habe sich die Direktorin die längste Zeit den Kopf darüber zerbrochen, wie sie nun mit der Situation umgehen sollte. Einerseits sei es ihr unfair erschienen, mich ohne jegliche Berechtigung durchfallen zu lassen. Andererseits sei sie sich darüber im Klaren gewesen, dass sie sowohl ihre Karriere als auch ihr Ansehen in der kommunistischen Partei aufs Spiel setzen würde, wenn sie sich der Polizei widersetzte. Sie würde als Umstürzlerin gelten und wäre unter ihresgleichen geächtet. Schliesslich habe sie sich ihrer Tochter, ebenfalls eine Pädagogin, anvertraut und ihr die Situation erklärt. Mirjana ist ein braves und ehrliches Mädchen. Sie hat alles richtig gemacht, habe die Direktorin beteuert. Sie hat nie Probleme gemacht. Es würde mir wehtun, ihr die Zukunft zu verbauen. Aber welche andere Wahl bleibt mir? Ihre Tochter habe eine Weile innegehalten und schliesslich gesagt, Mutter, du solltest nach deinem Gewissen handeln. Primär bist du eine Lehrerin und Lehrpersonen sind dazu berufen, Kinder auszubilden. Sie sollten nicht gegen sie arbeiten. Nach dem Gespräch mit ihrer Tochter habe sie sich für das Risiko entschlossen, mich zu beschützen. Dies war zu jenem Zeitpunkt gewesen, als sie meinen Vater angerufen hatte, um sich mit ihm zu treffen. Wenn Mirjana nicht besteht, dann ist es nicht ihre Schuld. Dann werden die der Grund dafür sein. Ich werde mein Bestes tun, um ihr zu helfen, hatte sie gesagt. Sie hatte der Staatspolizei schliesslich mitgeteilt, dass die Schüler ihr Examen gegen Abend beenden würden. Indem sie mich dazu gedrängt hatte, meine Tests vor allen anderen zu beenden und nach Hause zu gehen, war es ihr möglich gewesen, mich zu bewerten und mich als Bestanden zu registrieren, bevor die Polizei überhaupt auftauchte. Danach konnte diese nichts mehr an der Lage ändern. Dies war eines von vielen Ereignissen, bei denen ich das Eingreifen der Mutter Gottes hautnah erlebt habe. Denn warum sollte sich eine Serbin und besonders eine Kommunistin nur wegen mir allein der Staatspolizei widersetzen und ihre Karriere aufs Spiel setzen? Die einzige Erklärung, die Sinn ergibt, ist das Eingreifen Gottes. Als ich mein Diplom endlich in der Hand hielt, musste ich immer wieder an die Worte denken, die der Engel zu Maria während der Verkündigung gesprochen hatte. Für Gott ist nichts unmöglich. Nach all diesen Jahren weiss ich noch immer nicht, ob jener Gusei meines Vaters wirklich gestorben ist oder ob er überhaupt existiert hat. Einige Dinge bleiben wohl besser für immer ein Geheimnis. Das BLESS Missionswerk ist zu 100% spendenfinanziert. Ihre Spende macht unsere Arbeit im Dienst der Neu-Vinglisation möglich. Ein herzliches Vergelt's Gott! Informationen zu den Spendemöglichkeiten finden Sie unter www.bless-missionswerk.ch. Gerne gebe ich Ihnen noch den priesterlichen Segen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste und so segne, führe und leite sie auf die Fürbitte der Mutter Gottes, das heilige Josef, alle Engel und Heiligen, Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.